Mein Name ist Martina Rathal und wir sind im AWO-Symbol-Zentrum in Grumbach. Azubi ist der Firma Fais. Also ein AWO-Projekt nennt sich das, da wird einfach die vier Elemente, Feuer, Wasser, Luft und Erde gearbeitet. Bei Wasser haben wir z.B. den Teichrum auch hier sieht, da wird alles gereinigt und neu aufgefüllt. Da drüben ist der Pavilion, wir oben machen die Gartenbeete, wir machen uns nun, werden dann vielleicht auch noch gepflanzt und hinten wird der Kekbord erstellt. Die Gartenbeete Die Gartenbeete Das war's für heute. Nur eine Sau, wenn ich mich bleibe. Wer muss da? Hauptsache los! Man sieht einfach, was wächst, jeden Tag ein bisschen mehr und dass die alten Menschen auch mithelfen. Ja, die sind gut eingezogen. Genau, ja. Ja, die haben wir gerade richtig gefreut. Ja und dann, wenn alles fertig ist, was passiert dann? Dann findet eine Einweihungsfeier statt mit den ganzen Bewohnern und ja, wird grillt, zusammengekuckt. Und so von den Heimbewohnern ist es wirklich, es kommt gut an. Sie sind interessiert. Und die Jugendlichen, also ich habe so das Gefühl, die zeigen den Eltern auch, dass auch Jugendliche Respekt haben. Wir haben das jetzt nicht perfekt waren. Ach so! Und so. Musik Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018